Hat jemand die Position von Black Hammer? Also gut, holen wir uns diese Bitches! Hat irgendjemand von euch den Scharfschützen im Visier? Okay, Ben, selbst Soldaten müssen pünktlich zur Arbeit. Du bist pro Taliban. Du weißt genau, dass du Mrs. Black Hammer wirst. Hast du das meinem Bruder erzählt? Es bleibt der Biddy! Ich brauche ihn an Bord. Ihr beide seid die wichtigsten Männer in meinem Leben. Was du gerade gesagt hast, ist bei mir angekommen. Wieso brauche ich die Einwilligung von ihrem Bruder? Nur weil sie will, dass wir uns gut verstehen. Augenblick. Hey, hey, du bist weiß! Du bist weiß! Ihr prügelt euch nicht! Das ist der kleine Clown, der Freund von meiner Schwester. Der ist so winzig wie ein Zwerg. Vielleicht will er in eure Familie. Ich weiß genau, was er will. Du willst den Hammer? Ich will den Hammer. Dann sollst du den Hammer haben. Okay, das reicht, ist ja eklig. Baby, ruf die Polizei! Du wirst mir das nicht kaputt machen. Ich liebe ihn. Hey! Oh, verdammt, sie nur, Captain Schreihals. Ich habe nur auf eine schwierige Situation reagiert, James. Das war ein schriller, mädchenhafter Schrei. James, weißt du was? Du... Was? Na, starrt er immer noch? Mach, dass er aufhört. James, ich will dein Segen, Angela zu fragen, ob sie mich heiraten will. Beweis, dass du das Zeug dazu hast. Und wie soll ich das anstellen? Du kommst mit auf einen Ride-Along. Heute ist dein Training-Day. Hattest du je eine Waffe in der Hand? Bang, bang! Scheiße! Ich bin eher ein Gewehrspezialist. Vorsichtig, da sind Magnumpatronen drin. Sofort die Hände hoch, verstanden? Mein Bauch ist im Arsch. Oh ja, du bist bereit für die Straße. Du kannst von Glück sagen, dass ich das nicht war. Und wie läuft? Mir ist heute der Teufel in Gestalt eines Kindes erschienen. Was geht ab, kleiner Mann? Was geht ab, kleiner Mann? Wie groß bist du? Höchstens 1,20. Ja, aber weißt du, was ich machen werde? Wachsen. Was willst du machen? Dich strecken? Jetzt pass mal auf, Kleine. Du würdest nicht mehr einen Tag überleben. Ich bin das Gesetz. Hab Angst. Das ist verrückt. Du hast 5 Sekunden zum Zurückwerfen. Das ist kein verdammtes Videospiel. Nein. Der ist immer noch fahrtüchtig. Der Motor hat nichts abbekommen. Den kannst du nicht mehr fahren. Du sagst mir jetzt, was ich wissen will? Oder du gehst in die Klass mit einem Loch im Bauch? Ich erzähl dir gar nichts. Sagst mir, wo der Deal abläuft. Sagst mir, wo der Deal abläuft. Ah, er hat auf mich geschossen. Tut mir leid. Ja, richtig. Er hat auf dich geschossen. Verdammt nochmal. Ja, ich hab auf dich geschossen.